hallo mein name ist martin siebler und ich komme mit meinem dienstfahrzeug zur arbeit und nun lade ich euch herzlich ein einmal einen blick hinter die kulissen von bettadorf hell zu werfen viel spaß so hallo willkommen jetzt auf der bühne hier haben wir zum beispiel einen bühnenboden der an die darstelle eine große herausforderung stellt weil wir nämlich eine bühnen schräge haben die es nicht leicht macht darauf zu tanzen es gibt überall große große feuer effekte unsere fledermaus verraten wollen wir ja nicht zu viel aber wir haben sie so das war ein kleiner einblick in die neue show bettadorf hell hier in oberhausen wenn ihr mehr sehen wollt dann willkommen in oberhausen im november viel spaß und und und